Hat es euch was gebracht? Hat es euch gefallen? Gefallen auf jeden Fall. Gebracht wird jetzt die Praxis zeigen. Wenn wir das, was wir gelernt haben sollten, dann auch anmelden können. Prima. Das ist die Hauptsache. Ja, also mir hat es sehr viel gebracht. Ich habe meine Erwartungen, die ich gewollt habe, habe ich schon erfüllt. Ich weiß, wo ich jetzt dran bin. Natürlich, die rechtliche Erfahrung muss man mal probieren und daheim ausprobieren. Aber das genug habe ich jetzt dazu. Wir müssen die Taten setzen. Danke. Bitte. Ganz schön. Ja, bei mir schaut es genauso aus. Ich habe jetzt hier ein paar Wegpunkte angelegt und bin dadurch tiefer in die Funktion von diesem GPS vorgestoßen. Jetzt muss ich zu Hause nochmal gucken mit verschiedenen Touren-Downloads und das dann aufs GPS bringen. Aber ich denke, das haben wir heute auch durchgearbeitet. Insofern sind wir gerüstet. Und wenn ich nochmal was wissen will, dann rufe ich an. Ja, kein Problem. Dürfte gerne. So, weiter zurück.